Ich habe jetzt den 11. Spieler der Bundesliga und es geht los mit Mainz gegen Gladbach. Da denke ich, dass es Gladbach machen kann, auch wenn Mainz aktuell auf der Tabelle über Gladbach ist. Ich denke, Gladbach wird auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen stärker spielen und das wird ein 1 zu 3 für Gladbach. Stuttgart gegen Bielefeld. Stuttgart ist, glaube ich, ziemlich halbenstark. Bielefeld hat bisher auch nur Unentschieden gespielt oder verloren, deswegen denke ich, kann das Stuttgart machen mit einem 2 zu 0 Heimsieg. Bochum gegen Hoffenheim. Hier traue ich Bochum wohl einen Punkt zu. Die sind, glaube ich, nicht mal auf dem Relegationsplatz. Die sind im Abstiegskampf, aber trotzdem noch relativ weit oben für ihre Verhältnisse und hier könnte ich ihnen auch einen Unentschieden zutrauen. Das ist wieder ein 1 zu 1. Wolfsburg gegen Augsburg. Das denke ich, kann Wolfsburg machen. Die haben jetzt, also die Saison für Wolfsburg ist ein bisschen sehr komisch, am Anfang richtig gut reingestartet. Da wurde es jetzt viel schlechter. Unter dem neuen Trainer wurde es jetzt auch wieder besser. Hier könnte ich mir auch vorstellen, dass sie wieder gewinnen werden. Mit einem 3 zu 1. Bayern gegen Freiburg. Ja, da denke ich, dass Bayern leider wieder gewinnen wird. Heim ist es ziemlich, ziemlich schwierig, Bayern zu schlagen. Und ich denke nicht, dass Freiburg das schaffen kann. Das wird ein 4 zu 0. Leipzig gegen Dortmund. Das wird ein interessantes Spiel. Wird, glaube ich, auch sehr ausgeglichen sein. Und es wird am Ende auch Unentschieden ausgehen mit einem 2 zu 2, leider. Hertha gegen Leverkusen. Da denke ich, dass es Leverkusen machen kann. Sind recht weit oben in der Tabelle. Hertha spielt nicht gut. Deswegen wird das ein 1 zu 2. Köln gegen Union. Das denke ich, kann Union machen. Köln, ich weiß nicht, wie Heimsteig die jetzt sind. Aber Union ist eigentlich schon relativ gut in Form. Das wird ein 0 zu 2. Führt gegen Frankfurt. Das denke ich, kann Frankfurt machen. Führt erst einen Punkt geholt. Ich denke, gegen Frankfurt wird es jetzt keinen nächsten geben. Das wird ein 1 zu 3. So, das war es um diese Prognose. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.